Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Heute zu Gast Georg Nolte, Head of Communications bei YouTube Deutschland, Österreich, Schweiz und eine besondere Folge. Heute heißt es Takeover durch Georg. Er ist heute sozusagen der Host und löchert mich mit Fragen. Ich wünsche euch viel Spaß heute bei der Folge. Hi zusammen, besondere Folge heute. Ich habe Besuch, Georg Nolte ist hier, Head of Communications von YouTube. Ich freue mich tierisch auf den Talk. Ja, danke, dass ich und dass wir hier sein dürfen. Es ist lange, lange geplant und ich freue mich, dass es jetzt endlich mal klappt. Und heute übernehme ich hier mal die Fragen und werde dich löchern. Und meine Aufgabe heute ist, oder mein Wunsch ist es, mal Daniel Jung so ein bisschen zu erklären, wenn das überhaupt möglich ist, bei so vielen Dingen, die du machst. Und ich werde mir Mühe geben, denn wir sind sehr dankbar, dass du auf YouTube bist und das schon seit vielen, vielen Jahren. Meine Frage mal vorab, für alle die, die es noch nicht wissen. Wann war eigentlich der erste Tag, wo du, oder wann war der Tag, wo du entschieden hast, ich gehe jetzt auf YouTube? Und wie kam das damals? Ich habe ja in den 2000ern Mathe-Nachhilfe ganz klassisch neben dem Studium gegeben und habe dann in dem Zuge von Nachhilfe geben auch so ein bisschen Research gemacht. Was geht so digital? Und ich glaube, ich war dann auf YouTube Ende der 2000 einer der ersten, der nach Mathe-Inhalten gesucht hat. Ich war ganz verdutzt, dass wirklich amerikanische Elite-Universitäten ihre kompletten Vorlesungen auf YouTube hatten. Und ich dachte, wieso? Damit ein bisschen beschäftigt. Dann herausgefunden, ja, die haben schon Anfang der 2000er eigene Plattformen veröffentlicht, wo du die Kurse gucken konntest. Und sehr früh, als YouTube rauskam, 2005, 2006, auch YouTube genutzt. Und ich fand das faszinierend, dass man so eine Plattform wie YouTube eben nutzen kannst, damit du so etwas wie Mathe-Inhalte der ganzen Welt zur Verfügung stellen kannst. Und da habe ich mir gedacht, fände ich ganz interessant. In Deutschland gab es Ende der 2000er, Anfang der 2010er kaum Inhalte dafür. Und ich habe mir halt gedacht, die anderthalb Stunden fand ich ein bisschen zu lang. Ich fand das Studium auch immer schon ein bisschen langatmig. Und ich wusste aus meiner Nachhilfe, du hast eine Frage und bitte schließt mir jetzt die Lücke. Du musst mir keinen Vortrag über mehrere Stunden halten. Sag mir einfach nur, was ist ein Bruch? Was ist die erste Ableitung? Und dann war die Idee geboren, ich könnte dir den Tag gar nicht jetzt genau sagen. Ich glaube, es war so 2011 im Laufe des Jahres. Und da habe ich mir als Ziel gesetzt, weißt du was, ich starte mal das Projekt jetzt, mich praktisch zu digitalisieren. Heute würde man sagen als Avatar. Damals habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt Tutor im Kurzformat und schaue mal, was geht. Cool. Jetzt sind wir, also seit 2011, ich habe mir das nochmal ganz genau angeschaut, was du so machst. Und ich musste jetzt mal ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Du machst es wirklich perfekt in einer Multiformat-Strategie. Also du hast Podcasts, du hast Live, jetzt Abitur-Livestreams gemacht. Ist ja gerade die Abi-Hochzeit. Du hast Long-Format, du hast Short-Format. Also du machst es wirklich perfekt. Du nutzt die Plattform so gut es geht auf allen Formaten. Und das begeistert uns natürlich sehr. Darum meine Frage mal für den neuen Zuhörer und Zuschauer hier. Was für Videos machst du? Du released ja fast alle zwei, drei Tage immer noch neue Videos nach all diesen Jahren. Ja. Also der Fokus ist natürlich, wenn ich durch die Straßen gehe, dann sagen die Leute natürlich, du bist der Mann vor der weißen Tafel von YouTube, der mich durchs Abi gebracht hat, der mich durchs Studium begleitet hat, mir das Studium gerettet hat, das Abi gerettet hat. Das ist natürlich der Kern, fünf bis zehn Minuten Videos im Durchschnitt. Aber auch hier habe ich mich dann im Laufe der 2010er dann, wo ich natürlich auch immer mehr Reichweite generiert habe durch YouTube in dem klaren Fokus auf Mathe-Inhalte, habe ich mich trotzdem weiter auch weltweit wieder damit beschäftigt, was passiert sonst so. Wie kannst du so etwas eben auch nutzen, wenn du viel erreichst? Denn ich mache ja nicht nur die Mathe-Videos, sondern viel rund um digitales Lernen und Lernen. Und wie kannst du deine Marke vielleicht auch über Mathematik hinaus stärken? Und habe dann gesehen, wow, in Amerika wieder die Podcasts, wo du eigentlich denkst, es ist nur Audio. Alle Großen verfilmen sich. Und ich finde es auch nicht verkehrt, weil ich gucke auch gerne mal einen guten Talk. Und habe mir dann gedacht, okay, ein Podcast-Format ist super auch für mich selbst zum Lernen, indem du halt Menschen mit Expertise einlädst, auch in anderen Bereichen. Jetzt hatte ich gerade einen Neurowissenschaftler zum zweiten Mal da, super interessant, was Lernen überhaupt ist. Das Ganze zu verfilmen und dann eben in einem Long-Format bereitzustellen und natürlich weiter das Brand stärken, weiter nach vorne zu gehen, dann alle Mechaniken zu nutzen und natürlich Thema Fokus bei all den Plattformen, die es gibt. Ich habe natürlich viele andere auch getestet und bin da auch aktiv. Aber dann ist jetzt hier wieder das Thema Fokus, wie am Anfang, rein Mathematik. Dann jetzt der Fokus auch auf eine Plattform, weil nur mal mir auch alles geboten wird. Wie du gesagt hast, der Livestream, damit erreiche ich die Leute direkt. Das Short-Format ist jetzt einfach super, um dann im Nachgang aus einem anderthalb, ich rede auch mal gerne ein bisschen länger, wie man merkt, auch im Podcast, auch mal so anderthalb Stunden runterzubrechen auf einen Einminüter, um in dieser einen Minute weiterzugeben, was ist Lernen überhaupt. Und man merkt halt eben, wenn man sich auch alle großen Lernplattformen anguckt, wo es wirklich rein um das Thema Lernen geht, Video hat eben eine tolle Kraft immer noch. Also du siehst etwas, du hörst etwas, du kannst es zurückspulen, du kriegst es erklärt. Und deshalb war ich schon immer fasziniert, das Video-Format zu nutzen, das Bewegtbild. Und das in der Kombination ermöglicht es mir natürlich, nicht nur A, Millionen von Menschen zu erreichen, sondern B, natürlich auch die nächsten Schritte zu gehen, über Mathematik hinaus. Eins nach dem anderen. Mir ist aufgefallen, dass schon YouTube im Zentrum steht, von allem, was du, ich sag mal, an Content produzierst. Ist das richtig so? Ja. Also das ist die Basis dessen, was du machst. Du hast ja auch noch andere Businesses. Okay. Können wir gleich mal in die Tiefe gehen. Du hast gesagt, Millionen Menschen erreichen. Wie viele Millionen Menschen hast du denn bisher erreicht? Und was ist so der Schnitt im Monat? Denn du, ich habe gesehen, bei den Abonnements, du bist jetzt fast bei einer Million. Also der nächste Playbutton wartet schon. Ja. Ich denke, du wirst bald die eine Million nehmen. Wow. Aber worüber reden wir hier? Aber was für eine Community? Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich bin ja eigentlich nicht der klassisch zu abonnierende Content Creator. Aber die Inhalte sind halt immer wieder zu konsumieren, um wirklich Dinge zu lernen. Und ich habe mal in die Statistik geguckt, dass ich habe jetzt 921.000 Abonnenten und 20 Prozent meiner Konsumenten sind Abo-User. Und 80 Prozent kommen zum Beispiel einfach, weil sie wissen, dort ist, einer hat mal geschrieben, Wikipedia für Mathe. Der weiß, der muss mich nicht abonnieren. Der weiß einfach, dort gehe ich drauf. Du hast die Playlisten-Struktur. Du weißt ganz genau, da ist was für die fünfte Klasse, da ist was fürs Abitur, da ist was fürs Studium. Ich fand viel interessanter, schon in den Anfängen, dass ich pro Jahr auf 60 bis 17 Millionen Abrufe komme. Also wirklich ein paar Millionen im Monat. Und das am Ende des Tages, trotz schon jetzt Podcast, meine Keynotes gebe ich zum Beispiel verfilmt auch raus, da ist die Basis immer noch das Mathe-Video. Und am Ende des Tages für Mathe-Inhalte so viel zu erreichen, also das fand ich schon sehr spannend, so als sich Mitte der 2010 herauskristallisiert hat. Da scheint irgendetwas dran zu sein, dass du wirklich so viele Aufrufe hast für Mathe-Inhalt. Wahnsinn. Und das Thema wird auch nicht müde. Also wenn man jetzt sieht, wie gesagt, du machst immer noch alle zwei, drei Tage ein Thema neu und stellst es live. Wie viele tausend Videos hast du schon insgesamt jetzt auf dem Kanal? Über 3000 Mathematik-Tutorials. Wahnsinn. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich in die Analyse gehe, die Videos haben am Anfang relativ überschaubare Aufrufzahlen. Das geht so 3.000 bis 5.000 los nach einer Woche oder nach zwei. Die größten Aufrufzahlen sind so 10, 11 Jahre zurück. Das sind dann so Millionenbereiche bis zu zweieinhalb Millionen. Das heißt, du machst klassischen Evergreen-Content, den man pro Thema sich dann wahrscheinlich raussucht und sagt, ich will jetzt ein Allgäber-Video haben. Ja, klassisch, das haben mir auch schon viele gesagt, das ist ja eigentlich super Content, der ist ja ewig haltbar. Ich sage mal, KI, wenn wir vielleicht auch noch darüber sprechen, ist nochmal ein anderes Thema, wird es irgendwann komplett künstlich generiert. Aber nur so ist es, wenn ich jetzt ein Video mache über bedingte Wahrscheinlichkeit, so und so viel Prozent lieben Mathe, davon haben so und so viel mit Videos gelernt. Super spannendes Thema. Aber eben nicht klassisch wie, keine Ahnung, ich springe mit einem Whiteboard aus dem Flugzeug durch die Wolken durch, Bumsfall darauf, 500.000 Aufrufe und dann ist es aber so. Sondern wie du sagtest, es ist immer irgendwo ein Pain in Mathe da und die Videos sind halt eigentlich so gesehen ewig haltbar. Und so zieht es sich ja eigentlich bei dem Content durch. Ich habe so viele Podcast-Talks, wo du Tipps bekommst zum besseren Lernen, wie eine Lebensreise war, um, keine Ahnung, ein Startup zu gründen. Da holst du immer so viele Infos raus, die einfach immer wieder auch zu konsumieren sind. Und gerade in dem Fundament, in der Basis meiner 3000 Mathe-Tutorials, ich bin gerade tatsächlich immer am überlegen, was produzierst du noch neu, weil ich schon eigentlich den größten Teil abgedeckt habe. Und ich gehe dann teilweise natürlich dann aber auch darauf ein, du hast angesprochen vor elf Jahren die Videos. Da muss ich natürlich erwähnen, ganz am Anfang, das war ja alles Testphase, es gibt auch noch Videos, da bin ich so im Tennishemd, komme ich gerade vom Tennisplatz, da ist noch ein Gelbstrich drauf, der Ton ist noch nicht so gut. Da nehme ich die Videos jetzt gerade zum Beispiel auch nochmal neu auf. Aber grundsätzlich, letztens hat auch noch einer geschrieben, das Video ist zehn Jahre alt, aber der Inhalt ist top. Also ich habe in fünf Minuten Tangentengleichung verstanden. Und das wird auch wahrscheinlich in fünf und in zehn Jahren noch immer interessant sein, wenn es um ein Thema XYZ in der Mathematik geht. Und wenn man jetzt in die Ausbildung von dir schaut, also du hast Mathe studiert und gelehrt an der Schule hast du nicht. Nee. Das hast du mal zum Verständnis. Aber du hast jetzt quasi ja weitaus viel mehr Menschen erreicht, als du es in der Schule wahrscheinlich hättest erreichen können, oder? Ja, es war auch, glaube ich, mit ein Grund, weil, wenn man mich erlebt, ich bin ja sehr umtriebig, umsetzungsgetrieben, ich kann nicht warten, Restriktionen. Das ist ja auch unternehmerisch gesehen das Schöne, dass du frei bist. Trotzdem denke ich, dass ich schon behutsam damit umgehe, welche Reichweite ich habe, welche Verantwortung man auch hat. Aber das ist natürlich der Klassiker, ach, der hat sein Studium abgebrochen, wie kann der denn Mathematik lernen? Und für mich war einfach der Weg richtig, weil ich immer sehr autodidaktisch unterwegs war und ich habe halt auch relativ früh auch eben selbst eben mit MIT und Stanford Kursen gelernt, weil die ja nun mal eben auf YouTube verfügbar waren. Und 2005, 6, 7, 8 hatte in Deutschland noch kaum einer über das Lernen via Tutorials gesprochen. Und ich habe mir schon 2000, ich hatte ja 2011 gedacht, ich wäre spät dran. Da wusste ich ja nicht, wie man in Deutschland, also ich will nicht sagen rückständig ist, aber wie man da noch überlegt und darüber nachdenkt. Und ich sage, da sind doch Elite-Unis, die praktizieren das doch schon die ganze Zeit. Und so war für mich eigentlich auch immer der Weg. Ich habe auch immer sehr viel gelernt, indem ich begonnen habe zu erklären, weil, das kriegt man eben zum Beispiel im Podcast-Talk mit dem Neurowissenschaftler mit Lernpyramide, der größte Effekt ist, wenn du beginnst zu erklären, weil mich immer viele fragen, wie bist du denn so gut geworden in vielen Themen? Ja, ich habe mich damit beschäftigt. Ich war in der Lage, selbstständig ins Internet zu gehen, mir das Wissen zusammen zu suchen, anzueignen und dann eben im Videoformat zu produzieren. Und das ist, was ich auch heute immer sage, eine große Chance für Schulen und Unis, solche Projekte zu machen, nämlich Erklärvideos zu erstellen. Es gibt nichts Schöneres, als Erklärvideos erstellen zu müssen, erst mal mit Auftrag, weil du beschäftigst dich mit dem Thema. Du musst es dann in Kürze erklären können, simplifizieren können und im besten Fall nutzt du noch eine Plattform wie YouTube und sagst, hier ist mein Projekt. Und bei einem drohenden Lehrkräftemangel von 100.000 in zehn Jahren wäre es, glaube ich, gerade aktuell auch schön, wenn viel mehr in solche Videoprojekte gehen können, weil es vereint alles, was du brauchst. Und das fand ich schon immer spannend und deshalb war für mich der Weg schon immer wahrscheinlich vorgeschrieben, nicht in eine Schule zu gehen. Und ich glaube, ich sage immer, ich glaube, ich wäre irgendwie so eingeengt worden und wäre nicht weitergekommen. Und jetzt kann ich eben Millionen von Menschen erreichen, begeistern und vielleicht sogar zu animieren, die nächsten, ich sage jetzt mal, Daniel Jungs zu werden. Also wirklich auch Creator im Bildungsbereich. Das ist ja, finde ich, spannend, weil ich auch YouTube immer noch als so zentrale Anlaufstelle im Bereich Videoformat sehe. Ich sage immer, wo so ein bisschen Ruhe herrscht, im Sinne von, du scrollst nicht die ganze Zeit durch ein Feed und lässt dich Druck betanken, sondern du kannst einfach mal einen Podcast-Talk schauen, einen Vortrag schauen, Videos in Ruhe konsumieren. Du hast eine Playlist-Struktur. Ich wünsche mir da auch mehr Creator im Bildungsbereich und animiere dann auch immer ganz viele, das zu machen. Wenn man die Zielgruppe anschaut, dann bist du ja auch sogar bis ins Studium hoch sehr gefragt, oder? Ja, ja. Also du hast nicht nur Gymnasiasten oder Abiturienten? Ja, Anekdote von gerade, ich bin in ein paar Wochen in Cambridge und das ist ja jetzt auch keine Uni mal eben so und da hat mich ein PhD-Student angeschrieben und wirklich mit einem richtigen Schriftstück, also das war der Wahnsinn, die haben gesagt, ja, wir haben hier die ganzen deutschen Studenten mit deinen Videos damals gelernt. Hast du nicht Lust vorbeizukommen und über deinen Weg zu sprechen, ähnlich wie wir jetzt sprechen und aber eben auch deine Ansichten, wo geht die Reise hin zum Thema Lernen? Und das ist natürlich faszinierend und ich habe versucht, möglichst das ganze Spektrum von Schule bis Uni abzudecken und man sieht eben auch immer die Frage, wie produzierst du Content? Heute geht es ja darum, in den ersten 0,3 Sekunden am besten, weißt du, wie so die Avengers und alles fliegt in die Luft und bumm, fall da rar und ich gehe ja ganz klassisch an eine Tafel, ich lasse mir ja Zeit, nirgendwo erwähne ich, drücke einen Abo-Knopf oder so, sondern ich fange in Ruhe an, mache aber dann in fünf Minuten meinen Kram, aber gerade wenn du ins Studium gehst, wenn es dann wirklich um das tiefere Lernverständnis geht, dann heißt es auch eben, okay, jetzt brauche ich ganz sachlich etwas ohne viel Show, sondern ich muss jetzt Differenzialgleichungen verstehen und das sind auch sehr interessante Rückmeldungen, also wirklich bis hin zu Doktoranden, was ich natürlich unglaublich spannend finde, weil ich nie gedacht hätte, welche Kraft so etwas hat wie Wissenscontent, um wirklich dir einen Lebensweg zu ebnen. Also Rückmeldungen sind ja öffentlich einsehbar, ich hätte mein Studium abbrechen müssen ohne dich, danke für den Doktor. Was sind jetzt Kommentare, ne? Ja, ja, ja. Schon mal auf der Straße, hier in Köln im Café oder sonst wo? Egal wo, jetzt auch wieder, wir hatten wieder den Flachs, da war ich auch kurz unterwegs in Hamburg tatsächlich und wir waren in der U-Bahn und ein Kumpel sagte, komisch, ich hatte noch keine angesprochen, wir gehen aus der U-Bahn raus und dann so, ey, bist du Daniel Jung? Ja, können wir ein Foto machen, ja, wir sind hier zu Besuch, eigentlich aus Freiburg und wir haben mit deinen Videos gelernt, können wir ein Foto machen, das ist uns eine Ehre. Cool. Das kennst du gar nicht, also, ne, also, finde ich, finde ich sehr charmant. Ja, das ist natürlich eine tolle Belohnung für die Arbeit, ne, weil nochmal am Ende des Tages, ich habe nicht den Cappuccino fotografiert, alle zehn Minuten, wie er leer wird mit dem Gutscheincode, sondern du bringst wirklich Leute weiter und allgemein ist natürlich das Thema Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie sehr wichtig. Thema Zukunft, ja, Riesenthemen, dafür brauchen wir halt eben Menschen, die in dem Bereich auch eben Spaß finden, ne, und Mathematik hat natürlich ein Ansehen da draußen in der Welt, was eigentlich nicht so toll ist und ich denke, Creator wie ich und andere tragen dazu bei, dass man echt tatsächlich wirklich auch den Spaß an so etwas wie Mathematik gewinnt und das finde ich klasse. Was treibt dich denn an, den Daniel Jung, wenn man jetzt mal, ähm, ja, doch, der Kanal spielt natürlich mit rein und das, was du tust, aber... Ja, ich, äh, ich war ja immer daran interessiert, anderen Menschen zu helfen, das zieht sich seit der Grundschule durch, ne, ich war der, der dann, äh, auf einen aufgepasst hat, auf dem Weg, äh, zum, zum, zum Sport, äh, da fragt die Lehrerin immer, Daniel, kannst du auf den aufpassen, ne, dann hat sich das wahrscheinlich durchgezogen, ich hab, ich hab meine Tadel bekommen, damals noch in der Schule, weil ich die Hausaufgaben für andere, äh, gemacht hab, morgens in Mathe, hilfsbereit und, ja, maximal viele Menschen eigentlich, äh, besser zu machen, weil ich glaube, so Bildung ist ja auch Freiheit, ne, also wenn du gebildet bist, ne, dann, dann steht dir die Welt offen, natürlich durch diesen Effekt, den keiner erahnen konnte, dass du eben nicht ein paar Menschen erreichst, nicht ein paar Hundert, nicht ein paar Tausend, wie vielleicht im Schulleben, sondern wirklich ein paar Millionen, ähm, dann siehst du natürlich, wuh, da kannst du natürlich noch mehr draus machen und ich bin ja großer Fan vom Film Glücksprinzip, ja, tu dreien, was gut ist, die wieder dreien, wieder drei, exponentielles Wachstum sei an der Stelle erwähnt, ähm, jetzt vielleicht auch so der innere Antrieb, ich komm ja praktisch aus dem, ich sag jetzt mal aus dem Dorf, ne, also ich bin der Junge aus Remscheid, der irgendwie es geschafft hat, durch das Produzieren von Videos Millionen zu erreichen, aber eben mit Inhalten, die andere besser machen und ich fände das echt spannend, wenn man das noch mehr ermöglicht, die andere erreichen, also man möge sich diesen Multiplikator vorstellen, wenn es, und neben mir gibt es ja Lehrer Schmidt und Co, ja, und wenn du die nochmal hebeln würdest, wenn du nochmal mehr animieren würdest, geh nicht auf Social Media, um schnell famed zu werden, um dich möglichst halbnackt zu zeigen, um schnelle Klicks zu bekommen, sondern wo könntest du andere echt besser machen, ob das in Mathe ist, in, was weiß ich, Persönlichkeitsentwicklung, Adon. Einmal ein Beispiel, also Persönlichkeitsentwicklung, wo noch? Healthcare ist ein Riesenthema, Resilienz in Zukunft ein Riesenthema wird sein, ähm, da sich ja in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr Dinge ändern, psychologischer Druck, ja, 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 Psychologie wird ein Riesenthema sein, wie gehst du mit Stress um, Thema, was jetzt gerade super interessant ist, äh, mit KI, um die Brücke vielleicht zu schlagen, wem kannst du eigentlich noch trauen, welchen Inhalten kannst du trauen, wie hinterfragst du Dinge, welche Mechaniken, äh, gibt es da? Also Medienkompetenz. Medienkompetenz, damit einhergehend Kommunikationskompetenz, ja, weil über Medien, äh, digital kommunizierst du eben, wie kommunizierst du, Dinge falsch verstehen, dafür Kanäle zu finden, wo du nicht, äh, weißt du, dieses, was jetzt so gerade, was, was schon immer irgendwo da war, komm in meine WhatsApp-Gruppe, um schnell reich zu werden, sondern wirklich, hier ist ein toller Kanal, wo ich dir echt einen Mehrwert gebe und dann kann sich jeder so, so seinen Strom, äh, irgendwie rausziehen, irgendwie so, da ist ein bisschen Mathe, da ist ein bisschen, was weiß ich, Startup-Förderung, I don't know, da ist so viel möglich und ich glaube, da könnten viele noch mehr die Kraft eben von Videoerklärungen, äh, im Speziellen nutzen, weil dann hast du auch noch mal die, was ist die persönliche Note, du siehst jemanden, du identifizierst dich mit jemandem und das ist, nochmal bei aller KI und Digitalisierungs, äh, Fortschrittmöglichkeit, ist so, ich sehe dich, ne, deshalb nehme ich halt auch gerne möglichst viel auf, auch eben meine Keynote, so eben so diesen, diesen persönlichen Faktor dabei zu haben, obwohl es ja eigentlich, du siehst eigentlich nur jemanden am Schirm, ne, aber mir sagen auch viele, ich hab immer ein Lächeln, dann, weißt du, weil du guckst dann am Ende nochmal und guckst dann selber in die Kamera, lächelst nochmal, hast deinen Bizeps vorher gezeigt, ist meine persönliche Note noch mit dabei und so finde ich das auch spannend, wenn ich andere verfolge im Internet. Wird gerne nochmal auf den Jungen, Daniel Jung kommen, ähm, woher hast du denn dieses Helfer-Gen und wie warst du als Schüler und wie waren deine Lehrer? Gibt's jetzt noch Kontakt, äh, zum Beispiel zu deinem Mathelehrer? Ähm, wo, also erstmal, viele Fragen, die einfachste ist wahrscheinlich, äh, Helfer-Gen ist von meinem Vater, weil so wie er in seinem Leben unterwegs war, äh, gut, das ist ein bisschen persönlich jetzt, aber, äh, als er verstorben ist, war, war die Hütte voll, ne, weil er wirklich immer für alle da war und immer gegeben hat, vielleicht ist das deshalb, äh, tief drin und aus der Schule war der Klassiker, weißt du, du hattest die Lehrer, wo du sagst, boah, zu dem schaust du echt auf, ne, dann hattest du auch welche, wo du sagst, da kommst du gar nicht klar mit, ähm, ich hatte einen wunderbaren Mathematiklehrer, Grüße gehen raus an Dr. Kretschmann, ähm, wir haben auch die Abi-Zeitung öffentlich, ne, der Mümmelmann, äh, wie wir ihn genannt haben, aber super fundiert, super klasse in Mathematik, wir hatten immer Spaß, wir hatten einen tollen LK, auch hier die Brücke, jetzt gerade zum, zum KI-Drive, äh, nie was wichtiger, äh, auf den Menschen zu schauen, den zu empowern und das zieht, das wird sich auch in den nächsten Jahren durchziehen, das, weißt du, diese persönliche Note abzudecken, äh, digitalerweise ist dann doch nicht möglich, die Magie, die dann vor Ort passiert, auch wir jetzt hier wieder, wir sitzen vor Ort, ich, ich, ich mag's auch, den Podcast eben, weißt du, so Face-to-Face aufzunehmen, weißt du, nochmal eine ganz andere Magie und bevor wir alle im Metaverse irgendwie sind und alle sind avatarisiert, hoffe ich, vergehen noch ein paar Jahrhunderte, ähm, und denken lieber mal drüber nach, wie können wir auch so einen Ort wie Schule einfach jetzt empowern, um zu sagen, hier müssen Menschen zusammenkommen, aber Gott sei Dank, nicht mehr als Druckbetankung, ich meine, du wirst es vielleicht auch noch wissen von, von, von früher, ja, boah, jetzt 45 Minuten, weißt du, so ein Rezeptvortrag, Mann, da sind so viele tolle Möglichkeiten im Internet, lass uns hier experimentieren, machen, erleben. Wie ist denn der Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, du hast auch eine, eine Rektorin hier gehabt, einen Podcast bei dir, also wie redet man da jetzt mal nicht vor Kameras auch mal so, also, äh, Also, sag mal, wird da, wird da gefragt, wie würdest du es machen, oder, oder? Ja, ja, also ich sag mal, in den 2010ern war es eher so, da hattest du die Neider und Nörgler und Bewahrer, was ich auch verstehen kann, ne, immer wenn was Neues kommt, ich meine, die Kutscher waren auch nicht froh über Autos, ne, die haben wahrscheinlich gesagt, bringt uns alle um, ja, und dann war es aber doch technologisch, A, wichtig, da den Fortschritt zu gehen, ähm, und auch einfach effizienter und eigentlich besser für viele, ne, und so war es in den 2010ern dann eigentlich, ähm, oh, das ist irgendwie, das arbeitet gegen, gegen die Bildung, äh, das ist nur passiv konsumieren, das ist rezeptartig, das bringt nichts, und, ähm, da hätte ich, konnte ich noch so viel erzählen, das ist ein Werkzeug, du kannst mit einem Hammer Schlechtes und Gutes tun, du musst es nur richtig einsetzen, auch mit einem Erklärvideo, das ist ja nicht das aller Heilmittel, aber wenn du es richtig einsetzt, ist es ein tolles Optimum, auch für die Lehrkraft, und ich sag mal, das war eigentlich eher Corona, mich haben viele gefragt, war Corona für dich als Creator ein Boost? Ich glaube, das war eher ein Boost für die Lehrenden, die erkannt haben, ja, Moment, ich kann ja Digitales nutzen, um in Kontakt zu bleiben. Ja, es sind viele neue Kanäle entstanden, auch von Lehrenden, ne? Ja, und so ist da nochmal ein Boost auch entstanden, auch in vielen Lehrkräften, die sagen, es braucht uns auch, um die digitale Lern- und Lehrzukunft zu gestalten, weil das ist ja wiederum der Vorteil von Lehrkräften, die an der Schule sind, die tagtäglich an der Basis unterwegs sind und wissen ja, was da los ist, bevor das nächste Start-up von, ich sag mal, von außen sagt, ja, wir haben das neue digitale Modell, ja, aber wie habt ihr mit Lehrern zusammengearbeitet? Und deshalb biete ich immer an, hey, lasst uns zusammenarbeiten, ich komme vorbei, das sieht man ja auch auf meinem Kanal, wenn ich die Schulen besuche, ob das jetzt Silke Müller ist, die du erwähnt hast, das war die Lehrerin mit der Waldschule in Hatten, die ein tolles, also die das toll umsetzt einfach mit Freiheiten für die Lehrkräfte, ob das ein Max Mettelmann ist aus Düsseldorf, der Physik-Experimentier-Videos produziert und die Kids in den Ferien freiwillig zu ihm kommen, also bist du freiwillig gerne, also wärst du früher auf die Idee gekommen, in den Ferien in die Schule zu gehen? Also, kommt drauf an. Schwere kommt drauf an. Auf wen kommt es an? Aber das ist ja spannend. Es kommt auf den Menschen an, so. Und der Mensch hat dann zum Beispiel eben auch unter anderem YouTube genutzt und sagt, hier sind Physik-Experimentier-Videos. Ja, und auf einmal ist es spannend. Und das hat auch ein sehr, sehr großer YouTuber, Derek Müller, Veritasium heißt der Kanal, Doktor der Physik, sieht auch noch aus wie James Bond, ja, also ist wirklich, und er hat auch gesagt, das ist hier kein Ersatz, sondern das ist ein Inspirieren, Animieren, ja, wie du mit Content, der macht halt Science-Inhalte, einfach begeistern kannst und dann so einen Multiplikator-Effekt hast und dann eigentlich sagen kannst, und so kannst du überhaupt Bildung in die Zukunft führen. Du hast den Podcast, du hast die Videos, die Tutorials. Jetzt haben wir hier nicht ewig Zeit, aber sag doch mal bitte in drei Sätzen, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Das Lehren an Schulen, das Lernen an Schulen in der Zukunft, deiner Meinung nach? Ja, also erst mal, es gibt nicht die eine Version, sondern Schule als Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen, wird bleiben. Sollte ein Ort sein, der maximal gut ausgestattet ist, sprich, ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, ob von der Toilettenklospülung bis hin zum Access-Point-Zugang zu Internet, ich mir Gedanken machen muss, weder als Lernender noch als Lehrender. Ich möchte ja als Lehrender die Freiheit haben zu sagen, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde debattiert, also debattieren wird ein Riesenpunkt in der Zukunft sein, Dinge hinterfragen, kritisieren, ausdiskutieren. Dann möchte ich jetzt einfach mal, weil Robotik uns umgibt, de facto, der Kühlschrank ist ein Roboter, möchte ich in einen Raum gehen, wo ich jetzt ein Projekt umsetzen kann mit meiner Klasse und die müssen einfach da sein. Also wenn wir die Schulen jetzt nicht ausstatten und ready machen, Punkt eins, dann haben wir keine Chance. Wie genau sieht das aus? Ja, bei dem einen hast du eher ein Apple-Ellipsen-Komplex, bei dem anderen hast du eine Glaskuppel, weiß ich nicht, aber es muss einfach ein Ort sein, wie damals in frühkindlichen Jahren der Kindergarten. Es war einfach, du hast einen Spielraum draußen, du hast Fensterglas, du hast Offenheit und nicht irgendwie so ein Bottich. Also das ist die räumliche Umgebung. Dann muss natürlich alles funktionieren und laufen mit der Ausstattung. Ja, wenn du jetzt Hardware überall hast, brauchst du auch die Software. So, welche Software kannst du nutzen? Muss ich diskutieren, dass ich jetzt ein YouTube-Video schaue? Das ist ja bis heute noch so. Da ist aber halt eben Zugriff auf Inhalte weltweit. Also sollte das funktionieren. Und, weil da könnte ich jetzt lange drüber reden, maximale Freiheiten, für wem sollen wir mehr vertrauen, als die, die dort angestellt sind, um zu lehren? So, wenn ich denen keine Freiheiten gebe, sondern nur Restriktionen und Bürokratie, wird nichts passieren. Und vielleicht als Letztes noch, bitte in Kombination mit Wirtschaft, weil es wird gerade so viel neu gestaltet da draußen. Und wir diskutieren über Lehrpläne, die man erst noch schreiben muss. Und bei dem, was jetzt gerade weltweit passiert, weil jetzt kommt ja so ein kombinatorischer Effekt, ich muss leider immer so ein bisschen mathematisch werden, aber exponentielles Wachstum, Fortschritt im Technologiebereich, kombinatorischer Effekt. Also alles, alle Innovationen passieren zusammen. Da muss ich einfach in der Lage sein, wie jetzt eben der ChatGPT-Effekt und alle weiteren LLMs, die da gekommen sind, also Large Language Models, schräg schräg generative KI. Wenn ich jetzt diskutiere, was geht und was nicht geht, muss ich sagen, bitte, ihr dürft testen. Also ich will jetzt nicht sagen, wie ein Unternehmen funktionieren, aber schon so ein bisschen mehr Freiheiten. Weil ansonsten ist das dann wie eine Verwahrlosungsstelle, wo du einfach nur hingehst, weil du musst. Und das ist, ich glaube, da tun wir uns gerade in Deutschland sehr schwer, weil wir wirklich alles auf die Goldwaage legen. Und das spulen mir auch viele Lehrkräfte zurück. Die schreien eigentlich nur danach, bitte, vertraut ihr uns nicht, dass wir jetzt ein Projekt machen mit, wir würden gerne Erklärvideos für YouTube produzieren? Im schlimmsten Fall erreichen wir noch ein paar Millionen Menschen und geben noch was mit. Du hast eben Stichwort KI genannt. Wie nutzt du denn KI selber in deinem Alltag und wo geht die Reise bei dir hin? Also zum Beispiel erlebte KI ist ja auch Multi-Language-Tool, also verschiedene Sprachen, ein Video oder verschiedene Kanäle. Was machst du da und was ist da geplant? Mein Dilemma ist ja, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, man ist immer ein bisschen früh dran, weil ich habe in den 2000ern Bücher vom Silicon Valley verschlungen und dachte mir, hey, so funktioniert die Welt, ne, mach's den nur da hinten. Ich habe 2019 ein Buch geschrieben, ein bisschen über meine Reise schon bei YouTube als Mathe-Hero für eine Nation und habe dort schon über die Möglichkeiten, ja, für die, die jetzt zuschauen, der Häls ist gerade hoch, die ganzen Bilder, die du jetzt siehst, also was ist eigentlich KI-Künstliche Intelligenz, wo steckt maschinelles Lernen, wo steckt tiefes Lernen? Ich habe die Möglichkeiten angesprochen und dachte mir, warum hört keiner zu und habe mich damals ja schon damit beschäftigt, was kannst du machen, habe damals schon getestet, habe mich damals schon mit Large-Language-Modeln beschäftigt, wie mache ich es jetzt? Ich komme ja frisch aus einem Projekt, aus einer Forschungsstudie, die wir jetzt so in die nächste Stufe führen wollen. Was haben wir gemacht? Wir haben mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die eine semantische KI entwickelt haben, also Semantik auf Bedeutungsebene, waren die schon in der Lage, Texte zu durchforsten. Dann haben wir einfach meine YouTube-Videos genommen, transkribiert und auf Bedeutungsebene die Anfrage mit einer passenden Videosequenz gematcht, sodass du nicht druckbetankter, schneller lernst, sondern wirklich passgenau an Inhalt kommst. Und jeder kennt das draußen. Wir, ich denke mal, du auch, wir mussten früher noch, wenn wir an Informationen kommen wollten, in die Bibliothek fahren, eine halbe Stunde, eine Stunde suchen in einem komplexen System, um hoffentlich auf Buchseite 348, hoffentlich an die richtige Einheit zu kommen. Schnell vorgespult mit YouTube nach, ich sage jetzt mal, Google war ja erst Suchen und Text, und mit YouTube kam ich ja schon an gute Erklärungen. Und wenn man jetzt überlegt, mir schreiben ja schon viele 20 Seiten Text auf 5-Minuten-Tutorials, wenn du jetzt noch an die passenden 1,5 Minuten kommst, wenn es nur darum geht, zu wissen, was eine Potenz ist. Also runtergebrochen, ich gebe einen Prompt ein, eine Suche, was ist ein Bruch? Ja. Und das Ergebnis ist eine Stelle in deinem YouTube-Video über Brüche, genau da angesetzt, welche verschiedenen Formen von Brüchen gibt es. Und wichtig, falls einer sich jetzt sagt, und viele haben ja immer Ängste, etwas zu probieren, weil ja alle Großen es ja schon machen, Großen Konzerne, die Prise Salz ist immer entscheidend. Hier ist ja eine semantische KI dahinter. Aber ich sage mal, ich denke mal. Wo ist die dahinter? Die ist in der Blackbox, das wäre jetzt zu technologisch. Das heißt, die Anfrage geht ja irgendwo rein, in ein System, und dort wird dann ja mein Text verarbeitet, und das System kann ja dann mitlernen. Und du redest jetzt über eine App von dir? Genau, also es ist jetzt auch A-I-E-D-N, Artificial Intelligence in Education, A-I-E-D-N.com. Also da hast du die KI eingesetzt. Genau, da kannst du drauf, da kann jeder mit rumspielen. Und da ist YouTube verknöpft mit einer ... Genau, die YouTube-Tutorials mit, auf Basis der Einfachung, kriegst du auch noch eine kurze Erklärung, mit einer generativen KI generiert. Aber das Wichtige sind die Videos, weil ich weiß einfach, dass das Daniel Jung ist, und dass ich dem vertraue. Und das geht eben auch mit anderen. Weil manche sagen sich jetzt, und jetzt kann man drüber nachdenken, wie kann man KI einsetzen, auch um Systeme zu trainieren. Wenn sich jetzt einer sagt, ich möchte Daniel Jung nicht sehen, ich möchte Lehrer Schmidt sehen, ja, dann nimmt man halt dessen Einheiten. Oder ich möchte Dorf Fuchs singend erleben, wie er die Mathematik uns beibringt. Dann kann man das damit trainieren. Und das ist für mich jetzt so das Wichtigste, KI zu nutzen, um an vertrauenswürdige Inhalte zu kommen, wo ich weiß, das ist nicht künstlich generiert, und das halluziniert. Und ich muss überlegen, ob das überhaupt stimmt. Weil das ist ja ein Riesending gerade, wenn du überhaupt an Informationen kommst, wem traue ich gerade noch? Also Vertrauen wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein ganz großer Punkt. Und zusätzlich dazu, zu diesem eigenen Projekt, klar nutze ich die Chat-GPTs, die Clothes, die Bards dieser Welt, um einfach selber zu testen, was geht, was kann ich optimieren, wie kann ich Abläufe in der Firma besser machen, weil das wird eigentlich das große Ding sein, es ist einfach ein Power-Tool, was eigentlich auch wieder überflüssige, repetitive Prozesse überflüssig machen wird. Wo geht denn bei dir so die Reise in beim automatischen Voice-Dubbing, also beim Vertonen verschiedener Sprachen? Gut, dass du nochmal den Hint machst. Du bist ja ein deutsch sprechender Mathe-Tutorial-Creator. Angenommen, ich will jetzt Frankreich erobern, also du willst das machen. Gehen wir doch mal direkt bis nach China, nach Asien. Wir haben letztens noch einen Vortrag gehört, wie viele sich davor scheuen, wie sollte ich denn jemals in den chinesischen Markt kommen? Und jetzt durch die Tools, und ich glaube, die werden in den nächsten, ich sage mal, 12 bis 18 Monaten dann so gut sein, und das ist tatsächlich eine Überlegung, ich habe 3000 Videos, die Mathematik wird sich nicht ändern, einfach mal jetzt so sagen, mach mal chinesisch draus. Mathe ist universell, ne? Und dann aber mal wirklich, wirklich so gedubbt, das muss man ja erklären, dass du wirklich, also auch lippensynchron, dann rede ich chinesisch, das ist ja der Wahnsinn. Und viele, gerade in Deutschland, würden sich wahrscheinlich wieder fragen, warum soll ich das machen? Was wird draus? Ja, potenziell erreichst du halt nochmal eine Milliarde Menschen. So, deshalb finde ich das, super interessant, natürlich nicht nur jetzt für Chinesisch, sondern natürlich auch für Spanisch, in Englisch, ja. Ich weiß noch, wie ich vor zehn Jahren dann mal versucht habe, in Englisch aufzunehmen, aber das war natürlich nochmal, wenn du nicht Native Speaker bist, und ich bin so ein One-Take-Aufnehmer, ja, das, dann habe ich mich richtig aufgeregt, wenn ich zwischendurch dann einen Fehler hatte. Und das ist natürlich faszinierend, jetzt gerade dich zu multiplizieren, und natürlich authentische Inhalte zu vervielfachen in andere Sprachen und neue Märkte zu erschließen. Also, ich stelle mir das sogar auch bei dir etwas einfacher vor, als jetzt bei, wie zum Beispiel bei MrBeast, weil zum Beispiel er ja selbst viel Action-Videos, es passiert viel, lässt sich lebendig begraben und so, also da musst du schon, du bist jetzt an einem Whiteboard, und da ist jetzt nicht so viel Action, ja? Ja. Ich denke mir, dass es dir vielleicht da in die Karten spielt, dieses Multi-Language-Tool. Da denke ich jetzt, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube 18 Monate auch wirklich mit Top-KI-Experten gesprochen, und es wird sich noch so viel tun in den nächsten Jahren. Also, wahrscheinlich ist dann wirklich alles möglich. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, natürlich kannst du vielleicht in zwei Jahren dann sagen, generiere mir jetzt bitte zehn Videos zum Thema Differenzialgleichung im Daniel-Jungen-Whiteboard-Stil, er soll aber aussehen wie Arnold Schwarzenegger und die Stimme von Helene Fischer haben. Die Frage wird dann sein, das wird dann wahrscheinlich genauso aussehen, wie ich es gerade gesagt habe, und du wirst zehn Videos bekommen, die Frage wird sein, sind die Inhalte korrekt? Und wie ist die Maschine trainiert worden? Wenn ich dann aber, und das wird einer dann in China dann machen, wenn ich aber dann weiß, da ist ein verifizierter Creator dahinter, und verifiziert, jetzt könnte man bei mir ja noch sagen, okay, da ist dein Studium abgebrochen, aber bei, ich glaube, jetzt über 400 Millionen Views und ich glaube, eine 98,5-prozentigen Daumen-nach-oben-Quote, hast du halt Inhalte, wo ich Vertrauen habe. Und das ist für mich ein Riesending. Und deshalb habe ich jetzt, als wir vorhin noch mal gesprochen haben, auch noch mal darüber nachgedacht, verdammt noch mal, ich brauche diesen spanischen Kanal, ich brauche den französischen Kanal. Also du würdest auf verschiedene Kanäle gehen, anstatt jetzt, noch mal das Beispiel, der Ries hat 14 Language Tracks, also 14 verschiedene Sprachen auf einem Video. Man kann allerdings ja auch sagen, man macht 14 Kanäle. Ja, ich sage mal, du bist ja hier bei YouTube, jetzt müsste ich dich ja eigentlich fragen, für mich, vom Sinn her, ist es eigentlich eher so, also Thema Fokus, müsste man natürlich sagen, hier ist ja mein Kanal. Aber wenn ich jetzt überlege, regionsmäßig bin ich in Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, du hast hier eine deutschsprachige Community, es ist ja auch immer Community, es wird es immer geben, die ist es gewohnt. Und jetzt kommen auf einmal, weiß ich nicht, tausend neue Videos in der Woche, auf Chinesisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch. Also fände ich jetzt, und klar kannst du es immer irgendwie strukturieren, ich glaube, ich finde es sinnvoller, und das glaube ich wäre auch für den Algorithmus, es besser zu trainieren, wenn du verschiedene Anlaufstellen hast. Also jetzt gehst du davon aus, dass du deine 3000 Videos auf einmal alle in diese Sprachen bringen würdest. Wenn jetzt MrBeast ein Video released, dann ist das eine Video in 13 Sprachen. Also das ist jetzt natürlich ein Unterschied, da kann man nicht so vergleichen, aber ich glaube, da musst du dann auch rausfinden, was ist für dich die Strategie, weil es ja Sinn macht, das sind ja Evergreen Content Pieces, zu sagen, wenn, dann mache ich das alles, und dann wahrscheinlich in Kanälen. Aber dafür hast du ja auch einen Partnership Manager bei uns, um das mit ihnen zu diskutieren. Ich, also vom Bauchgefühl her, das war meistens in dem Bereich YouTube immer ganz gut, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, würde ich verschiedene Kanäle machen. Das ist auch mein Bauchgefühl, weil du so viel noch hinterher nachloten und laden musst. Genau, und dann kann man ja überlegen, was du noch machst. Ich habe ja, wie gesagt, auch die Keynotes, ich habe die Podcasts, und ich fände es allein von der Struktur her, von der Übersicht her, finde ich es interessant. und dann, weiß ich nicht, vielleicht, dann irgendwann kommt ein Feature bei YouTube, so, jetzt kannst du die Kanäle bündeln, wenn du mehrere hast. Also, Lass mich nochmal kurz ein bisschen verstehen, wie du aufgestellt bist, finanziellart, ohne dass du mir Zahlen verraten sollst, sondern mich würde interessieren, das frage ich alle Creator, in diesem Creator Podcast hier, was für Revenue Streams hast du? Du hast über YouTube ja ganz verschiedene Möglichkeiten, über YouTube Geld zu verdienen, aber du hast ja auch, hast du eben erwähnt, Keynote Speeches, du hast Lernhilfsmittel, ich glaube, du hast 30 in deinem Shop, auf dem Kanal ist das verlinkt, ich glaube, du hast 30 Hefte, um das Lernen zu vereinfachen oder Hilfestellung zu geben. Wo sind so deine Streams? Also, auch hier ist wieder, es gibt ja nicht die, die Nummer 1 Variante, sondern wie baust du eigentlich um einen Kern etwas herum auf? So, und für mich ist ja bis heute YouTube so die Nummer 1 Plattform. Schön zu hören. Ja, gut, jetzt möge man ja meinen, das sagst du nur extra deshalb, aber das wird man in der Recherche, kann man es ja nachgucken, weil es eben, das ist wieder das Thema Fokus, ich bin jetzt eine Dekade dran, so, und wenn du eine Dekade vollen Fokus auf etwas legst, dann kannst du auch was draus machen, der Fokus war immer Mathematik in Kürze erklären und zwar in 5 Minuten Tutorials, ohne Show, ohne alles drumherum. Dass die nicht komplett kostenlos sein können, sollte klar sein, sie sind aber in dem Sinne ja kostenlos, dass du auf YouTube gehen kannst und sie konsumieren kannst, aber es ist Werbung geschaltet, also hast du den Revenue Stream, dass du geschaltete Ads hast. Oder du nimmst Premium und hast keine Bauer. So, das ist ja jetzt eine Überlegung, was gibst du nach draußen? Wenn du Premium nimmst, dann müsstest du ja aber wieder als Konsument zahlen und das ist ein Riesenthema in der Bildung, wie viel Geld hast du eigentlich im Monat? Jetzt werden alle bestätigen, nur von Ads wirst du nicht durchkommen, deshalb, was baust du halt da drumherum? So, das heißt, welche Produkte kann man schaffen? Eins ist, wie du gesagt hast, Lernhälfte, das ist die Mathematik, eigentlich das, was ich in den Videos mache, nochmal dann in visualisierter Form auf Papier, aber wiederum kombiniert, in jedem Buch hast du die QR-Codes, wo du dann wieder an passender Stelle zu den Videos kommst, weil trotz der Playlist-Struktur hat es sich herauskristallisiert, wenn du nochmal so ein Paper hast, wo du eben auch schreiben kannst, denn durch Schreiben vertiefst du nochmal das Lernen, das ist wieder ein Thema in meinem Podcast gewesen, und hast dann nochmal ein Video als sozusagen Tutor on Demand mit dabei, durch die Mechanik, den Shop einzubinden unten bei YouTube, kannst du natürlich sagen, okay, hier hast du das Video, ich bräuchte jetzt aber noch Erklärungen, Aufgaben mit Lösungen, dann hast du es mit dabei, und natürlich der Markenaufbau über Mathematik hinaus, so hoffe ich, und so bestätigt man, habe ich Expertise im Bereich digitales Lernen und Lernen, deshalb sagt dann irgendwann einer, hey, möchtest du bei uns eine Keynote halten, also einen Vortrag, und wir zahlen auch Geld, dann sagst du natürlich nicht nein, und es wird natürlich belohnt, dass du jahrelange Arbeit jetzt eben weitergeben kannst, denn wenn du vor Firmen sprichst, ist lebenslanges Lernen natürlich ein Riesenthema, komplexe Probleme einfach zu erklären, und dann natürlich klassischerweise, Thema Influencer, ist ja natürlich, der Name Influencer, den verbindet man nicht direkt, wenn man Bildungscontent macht, trotzdem Bildungsinfluencer, sage ich, bin ich sehr fein mit, und dann gibt es natürlich starke Kooperationspartner, die gesagt haben, okay, wir machen mit dir jetzt nicht die Schiene Prozent-Rabattcode, sondern wie können wir wirklich zum Beispiel Schulen in die Zukunft bringen, so, und dort sind dann Technologiepartner natürlich mit dabei, die als Kooperationspartner natürlich mich bezahlen, so dass ich mit denen gemeinsam über meine Kanäle, und das wird man in dem Content auch finden, wenn man auf meinem Kanal geht, neben Mathe-Videos, Podcast, Keynotes, wenn man in die Vlogs guckt, wie ich zum Beispiel mit den Kooperationspartnern Schulen besuche und zeige, wie digitales Lernen und Lernen in der Zukunft geht. Da hast du dann Rahmenkooperationen und hast bestimmte Tage, die du dann ... Richtig, genau. Produktionseinheiten, wo man sich wirklich sagt, so, wir wollen die Schule jetzt zum Beispiel mal ausstatten. Wie statten wir die aus? Was sind Prozesse? Wie setzen wir eine digitale Tafel ein? Woran hakt es? Aber wirklich auch reinzuhorchen. Das ist für mich, wo ich auch fein bin und sage, das ist authentisches Marketing, wo nicht jedes Mal die Keule kommt und kaufe es jetzt, sondern wo man irgendwann dann natürlich auch frei entscheiden kann. Vielen Dank, Daniel, dass du uns das gezeigt hast mit dem Kooperationspartner. Jetzt holen wir auch davon die digitale Tafel oder richten mit euch unsere IT-Infrastruktur ein, weil ihr nun mal eben gezeigt habt, so geht es. Und das ist ja eine Brücke zum Thema Influencer-Marketing, Authentizität. Auch da würde ich mir manchmal wünschen, hey, liebe Corporates da draußen, schnappt euch mal die Bildungs-Influencer. Die sind es echt wert, vergütet zu werden, um zu zeigen, was geht. Ist da eine Diskrepanz zu, ich sage mal, Entertainment-Creator? Ja, ich glaube, das ist diese typische Mathematik, wo Entscheider bei Corporates sind, die sagen, die kurzfristige Mathematik stimmt nicht. Sprich, du machst ein Video, hast 500.000 Aufrufe, von den 500.000 klicken, 10.000 auf die Website und 500, weiß ich nicht, kaufen T-Shirt oder so. Sondern es braucht vielleicht eben diese Zeit von drei, vier Quartalen, aber schon ganz schwierig immer, dann nicht jedes Quartal direkt zu zeigen, dass wir so und so viele neue Leads haben, sondern das ist natürlich dann auch am Anfang ein Impact-Invest, wo dann der Revenue dann erst später kommt. Und das ist, glaube ich ... Also es ist ein nicht so hektisches Gewerbe, würde ich sagen, oder? Wo schneller Erfolg ... Ja, aber wenn, aber wenn, kommt dann halt, dann kommt der Erfolg halt auch ein bisschen größer, ja, wenn du mit dem Technologiehersteller mal interaktive Whiteboards in der Charge für eine komplette Schule oder Schulen dann aktivierst, so, das wirst du nicht direkt mit dem ersten Video machen, das braucht ein bisschen. Und das ist vielleicht das Thema, da weiß ich noch, da habe ich 2017 schon drüber gesprochen, bei einem Event. Und ich verstehe aber eben Corporates, dass die sich sagen, okay, klassisch Influencer ist für mich Reichweite, Tickets, Leads und da ist noch Spielraum, sag ich mal, zu sagen, hey, lass doch mal so ein Bildungscreator-Eck aufmachen und da mal so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen auch, weißt du, tu was Gutes. Du willst doch als, du hast ja, für mich haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, auch jedes Corporate. Ich glaube, da sage ich jetzt nichts Neues, der Bildungsstand könnte besser sein. Also wir müssen echt den Kids jetzt noch ein bisschen was mitgeben und dafür sollte man eben, und das sind ja, ich nehme einmal Lehrer Schmidt, Kai Schmidt war schon jetzt öfter, du hast ja auch schon mit ihm gesprochen, bei mir war er schon zweimal im Podcast, der ist Schulleiter, hat auch Erklärvideos produziert, die bei YouTube geteilt, hat auf einmal Millionen von Menschen erreicht, der wird gefeiert. Was meinst du, wenn man den unterstützt, ja, und sagt, okay, mit dem machen wir eine Schultour, die Kids freuen sich einfach, da gibt es noch andere von. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wenn man das so ein bisschen mehr so pusht, nach vorne, ich glaube, da ist dann nach hinten raus, mit ein bisschen Vorlaufzeit, am Ende des Tages für alle viel drin. Dein Motto hast du vielleicht, glaube ich, gerade eben erwähnt, lebenslanges Lernen. Ist das immer noch so, oder ist das so ein Motto, oder hast du ein anderes? Ja, absolut. Für mich auch super interessant, ich denke, für alle interessanter denn je. Finally, mit ChatGPT und Co. ist es vorbei, dass man sagt, ja, ja, ich mache jetzt so 20, 30 Jahre mit ein, zwei Fortbildungen das Gleiche, sondern kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Jede Industrie ist knackbar, sage ich mal, ja, einfaches Beispiel, Autoindustrie, vor ein paar Jahren haben sie alle gelacht über Tesla und Co., selbst jetzt noch, ja, autonomes Fahren noch ewig, who knows, vielleicht ist es nächstes Jahr schon so weit, was macht ein Lkw-Fahrer in ein paar Jahren, Thema Umschulung für Mitarbeiter, ständig neues Wissen sich aneignen, und das finde ich jetzt extrem spannend, nach über einem Jahrzehnt komplexe Mathe-Inhalte, so dargestellt, dass du es echt verstehst, wir haben, glaube ich, jetzt ein echt komplexes Problem, der Welt deutlich zu machen, was da jetzt gerade passiert, so, und da ist natürlich, die Mathematik spielt ja wieder eine Rolle, ich sage mal, die größte Schwäche des Menschen ist es eigentlich, dass wir exponentielles Wachstum nicht verstehen, so, und weißt du, so ein ganz einfaches Beispiel ist, du misst mal einen Teich mit einer gewissen Fläche, so, und da wächst jetzt, keine Ahnung, eine Pflanze irgendwie drauf, und jeden Tag, verdoppelt sich so die Größe, und am letzten Tag ist die ganze, das ganze Ding voller, voll der Pflanze, so, einen Tag vom letzten Tag ist sie noch halb voll, und du denkst, einen Tag vor, jetzt ist Kill-Over, ist doch alles gut, die Hälfte ist nur noch da, und dann macht es auf einmal Bumm, und das passiert jetzt gerade wie ein Tsunami, in der, in der, in der lebenslangen Lernwelt, weil du immer dachtest, ein lebenslanger Lernen, lass mich in Ruhe, die Schule ist fertig, Studium ist fertig, ist noch immer Jotjejang, so wie man hier sagt, ne, und das finde ich spannend, nicht nur darüber aufzuklären, wie du besser lernst, zum Beispiel mit meinem Podcast, überhaupt das deutlich zu machen, ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, äh, hey, warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen, ich habe doch gerade meinen Master gemacht, ich fange jetzt eine Stelle an, verdiene erstmal gut Geld, was musst du können, was passiert, wie ändern sich Industrien, und das ist vielleicht jetzt so ein Antrieb, den finde ich auch sehr spannend, jetzt neben der Mathematik, da irgendwie so darauf aufmerksam zu machen, und natürlich reinzuhorchen, was machen Unternehmen, und, ähm, auch da haben wir, haben wir noch Spielraum. Wie ist denn dann, wenn dein Motto, lebenslanges Lernen ist, ähm, dein, dein Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre, hast du da einen Plan, weißt du, wo du hin willst, äh, gibt es da ein Ziel, oder ist der Weg das Ziel? Ich sage mal, das klassische Creator-Dilemma, äh, der Tag, äh, hat doch nur 24 Stunden, ja, wenn ich jetzt dann wieder, jetzt nach Podcast-Aufnahme, morgen Livestream, ähm, äh, Mathematik, Videoproduktion, äh, das noch handeln, hier und da, dann ist irgendwann finito. Ich sage mal, so der nächste Schritt, das hatte ich auch mit mathefragen.de vor, da stellst du eine Frage, und kriegst Hilfe von echten Menschen. Ja. Dort jetzt mein KI-Projekt einzubauen, dass du passgenau an Inhalte kommst, und das als Plattform, Ja, ganz kurz, also, ich habe ein Problem mit meiner Abitur, ähm, Vorbereitung. Egal was, Studium. Und komme ich weiter? Vollkommen egal. Elternteil, äh, gehe dann auf, mathefragen.de, kostenlos Frage stellen, und ein echter Mensch hilft dir, ja, ey, wo ist dein Problem? Hast du darüber schon nachgedacht? Seit wann gibt es das? Also seit wann hast du das? Das Projekt habe ich schon 2018 gestartet, äh, und immer von, von anderer Name bis hin zu, jetzt ist die Plattform, sie läuft sie ohne mich. Aber das ist jetzt noch, noch nicht, äh, KI, äh, äh, ne, und das wird jetzt gerade eingebaut, weil die KI war ja in einem Forschungsprojekt, da geht es dann darum, sollte doch mal ein Mensch jetzt gerade keine Zeit haben, kriegst du schon mal Video-Vorschläge an der passenden Stelle, vielleicht hilft es dir ja, dann hilft der Mensch wieder mit rein. Und das ist auch projizierbar auf alle anderen Fächer und alle anderen Inhalte. Und sag mal, wenn das als Plattform alleine läuft, das wäre so etwas, was eben nicht abhängig ist. Welche Fragen sind denn da schon reingekommen? Ja, ich glaube, wir sind bei über 40.000. Einzelne Fragen. Ja, und ich glaube, 98 Prozent sind beantwortet. Wie viel? 98 Prozent. Auch wieder, auch wieder eine tolle Möglichkeit, wir sind beantwortet, nicht von der KI, sondern von einem Menschen und akzeptiert, dass sie dann, eben auch, ja, es hat geholfen. Eine Riesenchance auch, dass du dort eben deine Daten rausziehst, was hilft wirklich. Und da bist du wieder beim lebenslangen Lernen. Du willst ja jetzt auch nicht nur lernen, du willst ja auch noch mal irgendwie, was weiß ich, mit Freunden unterwegs sein, abends Spaß haben, zwischendurch Sport machen. Ja, aber ich denke, ich denke mal, jeder, also wie du es auch immer nennen willst, da gibt es ja auch alle zehn Jahre einen neuen Namen für. Weil, das hat übrigens der Henning, also der Neuro-Wissenschaftler auch gesagt, jeder technologische Fortschritt, ja, sollte es uns ja eigentlich einfach machen und trotzdem füllen wir die ganze Zeit wieder aus, ja. Ich glaube, der hat da unser Beispiel gemacht, du kannst jetzt die doppelte Größe vom Kühlschrank nehmen, dann ist er halt direkt wieder voll. Also da etwas effizienter zu machen ... Interessant, wie viel du immer rausziehst aus deinem Podcast. Ja, das ist, finde ich, das kenne ich ja von mir, weißt du, und dann noch eine Aufgabe, und dann noch etwas und noch etwas. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, wenn ich jetzt so an die nächsten fünf Jahre denke, weil ich habe ja zwei Nichten, einen Neffen in der Range von null bis sechs, das ist schon echt gerade geil, wo man sagt, okay, jetzt lasse ich mal sonntags die Postings und das nächste Mathe-Video, weil du könntest ja noch zehn helfen oder noch irgendetwas, da sind ja auch noch andere, mit denen einfach zu zocken, zu kicken, Spaß zu haben, Eis essen zu gehen, ist auch geil. Hast du so einen Wochentagesplan, also dass du sagst, ich mache jetzt zwei Tage frei oder anderthalb am Wochenende oder wie bist du da organisiert? Ja, es hat natürlich klassisch immer noch mit der Welt zu tun, Samstags und Sonntags ist nun mal eben anders als Montags bis Freitags. Also dieses Ganze und Remote-Working und Project-Base und etc., du hast nun mal eben eine klassische Phase, wo auch E-Mail-Beantwortungen zur Verfügung sein, wo du sagst, okay, Samstags, Sonntags bin ich halt sehr flexi, mach trotzdem dort etwas und versuch noch natürlich alles zu nutzen, aber da weißt du natürlich, dass du auch Family-Time haben kannst. So und ansonsten, in der Woche bin ich eigentlich immer noch recht durchgetaktet, wo du sagst, alles klar, morgens frühstückst du alles ab an Hardcore-Aufgaben, Eat That Frog, also wirklich so alles weg, damit du dann nachmittags eigentlich Luft hast für sowas wie jetzt Produktion, kopffrei und neue Dinge. Aber ich würde in den nächsten Jahren, das wäre auch ein Ziel, die Taktung ein bisschen erhöhen, so, weiß ich nicht, Family-Time nutzen mit Freunden etc. und dafür musst du halt unabhängig davon werden, zu sagen, okay, ich könnte jetzt auch jeden Tag zehn Stunden live streamen, weil für Mathe hätte ich noch genug zu erzählen, lebenslanges Lernen, aber das sollte es eigentlich nicht sein. Also die Taktung erhöhen, mehr Privatleben und ... Ja, ja, absolut, absolut und ich glaube, das ist jetzt natürlich auch ein Riesenthema, ja, vier Tage Woche klingt immer so toll, wird wahrscheinlich auch irgendwann möglich sein bei gleicher Produktivität, aber da muss man sachlich darüber diskutieren, was geht, was geht nicht, so wie viel Freiheit geht, muss man mal gucken, aber das ist ... Wie bist du denn aufgestellt? Zwei deiner Kollegen sehe ich ja hier im Raum. Also wie groß ist dein Team? Ich bin super schlank aufgestellt. Ich habe einen Festangestellten, das ist so für mich, ich sage jetzt mal so, in der Mathematik bin ich sehr organisiert, aber du hast mich auch erlebt, es geht ja von Termin zu Termin, von Plattform zu Plattform, von dort bist du in der Universität mit investiert und dort und da und das ist so ein Thema Organisation, da noch keine KI hat das gut gemacht, dafür brauchst du einen Menschen, der noch die Übersicht hat und dann setze ich natürlich alles auf Videoproduktion. Also hier am Hörer ist gerade der liebe John, der mich schon ganz lange begleitet, nicht nur in Videoproduktion, sondern wie baue ich eigentlich alles auf? Wir haben den Podcast zusammen gestartet, wie machen wir die Vlogs, in welche Richtung gehen wir? Ravi, der lange immer hartnäckig geblieben ist, Daniel, soll man nicht noch mal was machen, der jetzt dazu gestoßen ist und hoffentlich lange noch mit dabei ist. Er nickt. Und eigentlich, also wie gesagt, der Fokus für mich jetzt gerade hier, weil wir sitzen ja jetzt gerade hier bei mir im Kernbereich Mediaproduktion. Und wenn du jetzt überlegst, ein schlankes Team, das kannst du jetzt empowern mit KI. Ja, wenn es jetzt so um Thema Postproduktion, Inhalte geht, kleine Snippets aus dem Podcast machen, dafür brauchst du eben jetzt nicht noch mal zehn Videocutter oder sonst irgendetwas. Das ist Zukunfts... Die eigentliche Frage ist für mich, wohin gehe ich im Technologiebereich? So, und da bin ich eigentlich gerade eher zu sagen, hier fühle ich mich super wohl in einem schlanken, ranken, performanten Team. Für mich würde es eher spannend sein, die Challenge, wie schaffe ich das mit dem Technologiebereich? Weil da sehe ich mich wirklich eher als Supervisor, als mit dabei und nicht als federführend CEO. Ich baue ein Team mit 500 Leuten auf, sondern das können andere besser. Da wäre ich eher gerne so, das ist eben meine Technologie-Sparte mit Mathefragen.de, trifft Künstliche Intelligenz. Also da kann ich die Lösung noch gar nicht sagen. Vielleicht kommen da ja auch strategische Partnerschaften oder... Absolut. Das wäre ja um die Idee, dass das zusammen vielleicht dann groß wird. Ich war immer so, ich habe immer offen darüber gesprochen und wer weiß, vielleicht meldet sich hier nach dem Podcast einer, der sagt, ja, machen wir zusammen. Ich bin auch immer offen für viele Sachen. Wer weiß. Du bist ja auch sehr gefragt, mir ist aufgefallen, damals in Berlin haben wir uns bei einer Pressekonferenz kennengelernt, dass auch die Politik, die ihr gerne zuhört, da bist du auch öfter schon zugegen gewesen. Wie gibt es denn da den Austausch? So, da wird auch bestimmt diskutiert mit dir, oder? Hm, wäre das Emoji jetzt. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil man muss halt verstehen, Politik ist ja irgendwo auch, ich sage jetzt mal, gebunden an Legislaturperiode. Jetzt zu sagen, wir krempeln jetzt mal alles um, wird wahrscheinlich schwierig. Ich habe schon, ich hatte die Bundesministerin für Bildung ja im Gespräch, ist auch online bei mir übrigens zu sehen im YouTube-Kanal, der Talk mit ihr. Was soll ich sagen? Ich glaube, sagen wir es mal so, der entscheidende Schritt wird Unternehmertum sein. Was sich zusammentut mit Menschen, die in der Schule, an der Uni arbeiten und dann wird umgesetzt. Und die Politik sollte ihr, ihr Möglichstes dazu beitragen, dass die Gelder, wie zum Beispiel aus dem Digitalpakt, ein einfaches Beispiel, da sind einfach ganz viele nicht abgerufen worden, weil die bürokratischen Hürden zu hoch waren. Und ich würde, wenn ich eine Empfehlung aussprechen kann in der Politik, würde ich mal den Markt screenen, die Bildungscreator, Big Player zusammenholen an einen Tisch und nicht nur um Fotos zu machen, sondern um wirklich reinzuhorchen. Weil man muss sich ja vorstellen, ob ich, Lehrer Schmidt und wie sie alle heißen, haben auch Rückmeldung und Feedback, nicht nur von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, sondern eben auch von Lehrkräften, von Professoren, von Eltern. Und das kannst du wirklich super verwerten. Also du wünschst dir einen digitalen Bildungsgipfel oder Taskforce? Den hatten wir ja, aber ich glaube, das wird jeder beschädigen. Das war so ein Gipfelchen, wo man sagt, nee, und da würde ich wirklich eher empfehlen, Mensch, holt wirklich mal so einen Pfund zusammen. Es gibt auch gerade ganz viele aus dem FinTech-Bereich, viele FinCreator. Also das wäre ein regelmäßiges Treffen? Ich kann dir die Lösung noch gar nicht mal sagen, aber die so zusammenzuholen und ich muss wirklich, 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 wirklich betonen und die Kohle müsst ihr nicht mir geben, aber dann, wenn ihr auch die anderen zusammenholt, da darf man auch gerne mal rein investieren, weil solche Creator haben über Jahre lang Wissen geteilt, hochwertiges Wissen und wenn die in ihre Richtung gehen und irgendwelche anderen Sachen machen mit Monetarisierungsschranke, sollte man überlegen und ich glaube, es gibt ganz viel Geld, was irgendwie verpufft ist, da kannst du vielleicht auch wie so einen Visions-Unterstützungsfonds machen, um zu sagen, hey, die haben das auch verdient. Also ich meine, ich habe da oft auch mit Lehrer Schmidt drüber gesprochen. Ich meine, ich glaube, wir haben zusammen, haben wir glaube ich fünf, fünfeinhalb, sechstausend Videos über zehn Jahre mit einer Wertschöpfung, die du dir ausrechnen kannst. Ich weiß nicht, wenn das früher Telekolleg, ich weiß nicht, was das gekostet hat, das Format, da ist echt Wertschöpfung drin. Also man wünscht sich immer so die eine Aussage jetzt, mach doch mal einen Gipfel. Ja, der reicht eben nicht, nur um mal eben zu sagen, wir kommen zusammen, sondern regelmäßiger Austausch, vielleicht mal irgendwas zusammen testen, eine Förderung, ein Förderungsprojekt, Empfehlungsstufen, Events vor Ort regelmäßig, keine Ahnung, einmal im Monat, regional, wir haben ja 16 Bundesländer, was ja auch noch mal eine Challenge ist. Was wäre denn das, was du am schnellsten und ehesten ändern wollen würdest? Das erwähne ich jedes Mal jetzt immer in meinem Podcast einen Visionsfonds, wo du ein paar Millionen bist. Sag mal, du bist der Bildungsminister. Ja, genau. Es sind so viele Millionen verpufft, es werden immer so viele Millionen mehr, ich will jetzt gar nicht, Milliarden eigentlich irgendwo her aktiviert, macht einen Visionstopf auf, packt von mir aus, weiß ich nicht, zehn Millionen am Anfang rein. Einen Visionstopf. Visionstopf, also wirklich, wo du sagst, ganz schlanke Prozesse, keine Antragstellung, aber auch natürlich jetzt nicht, irgendeiner ruft an und sagt, ich brauche 50.000, überweis mal auf das Konto, schon eine Verifizierung, aber hey, also Development-mäßig wird das auch kein Akt sein, so eine kurze Verifizierung zu machen. Ich nehme wieder das Beispiel, Max Mettelmann aus Düsseldorf, Grüße gehen raus, Physik mit C heißt sein Kanal. Weißt du, wenn die um 6.483, Euro 52 kämpfen müssen, um ein neues Soundsystem zu kaufen und eine Videoanlage, damit dann hunderte von Kids mehr Spaß haben, muss ich sagen, hier läuft es falsch. Wenn die das aber beantragen können, kriegen die Kohle überwiesen und können agieren. Was meint ihr, was dann passieren wird in den nächsten Jahren und wie sich solche Menschen hebeln können? Nächstes einfaches Beispiel, die brauchen Equipment für einen Livestream, den sie über YouTube Livestream, wenn sich 10 Lehrer Schmitz in Deutschland regelmäßig aus dem Unterricht, ohne dass sie die Kinder zeigen, sondern nur das Tafelbild, Livestream und alle können sich dazuschalten. Thema Unterrichtsausfall, super. Die brauchen aber dafür ein paar Euro 50, die sie nicht mal eben irgendwo herkriegen, aber wenn du so einen Visionstopf hast und dann siehst du mal, was passiert und wenn mir jetzt einer sagt, naja, aber die 10 Millionen, das ist ja völlig gestochen. Also, sowas würde ich dann mal probieren, weil daran hakt es und dann natürlich mit der klaren Vorgabe, liebe Lehrkraft, sie dürfen, weil wir vertrauen ihnen, dass sie jetzt wirklich etwas Positives damit machen und das ist, glaube ich, so eine Zusammenkunft, nicht übertriebenes Geld, einfach zur Verfügung stehendes Geld für Lehrkräfte, die tolle Ideen haben und sich dadurch dann digitalerweise, positiverweise mit guten Inhalten hebeln können. Also, hat sich denn durch dich und durch Kai, in Klammern Lehrer Schmidt, einiges, was jetzt, ich sage mal, das YouTube-Lehren angeht, verändert? Also, habt ihr mehr Akzeptanz jetzt insgesamt auf dem digitalen Lernen geschafft? durch eure 6.000 Videos? Also, ich glaube schon, wenn man jetzt in der Pandemie sieht, wie viele Lehrer dann auch online gegangen sind? Ich würde, ich sage da ja immer, ich kann hier viel erzählen, aber die Kommentare sind öffentlich zugänglich. Also, da kannst du auch eine kleine Research machen, da kannst du eine eigene Arbeit drüber schreiben und vielleicht das mal analysieren, weil das ist ja, das ist ja bestätigt, sowohl von lernender Seite aus, als auch von lehrender Seite, die sagen, wir setzen das ein. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt letztens ein Grußvideo machen müssen, da heiratet jemand, witzige Anekdote, schreibt jemand mir, ja, hier mein Freund heiratet und der ist Mathelehrer. Kannst du einen Gruß, Video für den Aufnehmen, für die Hochzeit, das wird auf der Hochzeit jetzt abgespielt. Also, so ein Effekt, also, der Effekt ist in verschiedenste Richtungen, ist ja nicht so, dass die dann sagen, oh, du bist der Böse, der uns den Unterricht kaputt macht. Ganz im Moment, du bist ein Additum und du nutzt es halt, ich sagte es vorhin, mit einem Hammer kannst du Gutes und Schlechtes tun. So, und du kannst Videos eben positiv einsetzen oder negativ und viele setzen es positiv ein und wie du auch sagtest, fangen selber an zu produzieren. Nicht jede Lehrkraft muss Videos produzieren, nicht jede Lehrkraft muss überhaupt Digitante, wie es sein. Wenn du hinten einen Debattierklub hast mit einer Person, die einfach vernünftig reden kann, dich begeistert, dann kann das auch völlig analog sein. Aber dann gibt es halt nun mal eben so welche, ob das jetzt Kai, Lehrer Schmidt ist oder der Physik mit C, Max Mettelmann, für Mathe und Physik wiederum viele zu begeistern und auch Inhalte weiterzugeben. Ich glaube, das ist noch völlig unterschätzt und noch bei Weitem mich ausgeschöpft, wie viel da noch geht, weil es zu viele Restriktionen im Kopf insgesamt gibt. Und das wäre vielleicht nochmal an die Politik, so eine Ansage zu machen, Mensch, nutzt das doch. Also was soll passieren, wenn ihr über Mathe, Physik, Chemie, Bio, Lernen, Lernen etc. redet? Wie ist das denn im Ausland? Tauschst du dich auch mit ausländischen Creatern aus und wie wird dort das digitale Lernen auch mit YouTube vielleicht sogar gelebt? Ich hatte, das ist aber schon ein paar Jährchen her, da gab es tatsächlich mal mehr Kontakt mit ausländischen Creatern, aber das ist recht schwierig geworden. Ich weiß nicht, ich hoffe, es hat nicht nur damit zu tun, weil Deutschland sich echt schwer tut. Nochmal das Beispiel, ich dachte, ich wäre 2011 spät dran gewesen und für mich ist eine große Story die Khan Academy. Salman Khan, Abschlüsse vom MIT, war Hedgefondsmanager, hat für die Cousine über die Ferne Nachhilfe gemacht, Videos produziert, YouTube genutzt, Bill Gates Foundation rein, Khan Academy hat heute 150 Millionen, 150 Millionen monatliche User. Das ist gang und gäbe, zum Beispiel in den USA, dass man sagt, okay, wir setzen das additiv ein, wir testen, wir gehen in die Zukunft. Vielleicht sagen die sich auch, in Deutschland müssen wir jetzt nicht so viel mitmachen. Deshalb, leider ist da nicht so viel Kontakt mit den Creatern, die dort unterwegs sind, weil dort auch viele den Weg gesucht haben, auch so zu eigenen Plattformen. Fände ich einen interessanten Ansatz. Vielleicht wird da KI mit dazu beitragen, dass wir vielleicht so ein bisschen aus Deutschland, Europa heraus ein bisschen mehr Spread the Word into the World nutzen können. Haben wir dich denn noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren auf der Plattform? Wenn du diese Frage stellst, dieser Tage auch mit Leuten aus dem KI-Bereich hörst du sowohl das eine als auch das andere. Wie gesagt, vielleicht sind wir alle komplett avatarisiert in zehn Jahren und die Super-KI ist da. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall da sein, wenn ich noch lebe. Toi, toi, toi. Es wird mich vielleicht als Avatar geben, als Additum. Ich hoffe dann so trainiert, dass man dem Ganzen dann vertraut. Und die gewonnene Zeit werde ich hoffentlich nicht nutzen, um nur noch irgendwelche neuen Projekte zu machen, sondern natürlich viel mit der Family, aber Technologie eben zu nutzen, damit man maximal viele erreicht und eher so guckt, was machen wir für Veranstaltungen. Ich würde zum Beispiel viel mehr Veranstaltungen gerne machen, wenn ich so Kinos halte, auch an der Uni, wenn der Hörsaal voll ist. Das ist einfach geil. Du weißt, du quatschst über deinen Lebensweg. Ich mache keine Mathestunde. Du inspirierst, du gibst was mit und ich glaube ... Also im Hörsaal fühlst du dich wohl? Ob im Hörsaal, auf der Bühne, ja, am wohlsten tatsächlich im Hörsaal, der prall gefüllt ist, weil du hast dort eine Energie und in der Schule ist noch gerade so, ich weiß nicht, wo es hingeht, bei Firmenveranstaltungen ist immer noch so, sehr freiwillig da. Ja, ist das wirklich so und ich weiß jetzt schon, ich werde einen TEDx-Vortrag in Aachen haben, ja, das wird volle Energie sein. Ich glaube so, ja, wir werden, glaube ich, mehr Veranstaltungen erleben, hoffentlich alle Chancen der Digitalisierung nutzen. Ich bin mal gespannt, aber es war noch nie ein Punkt wie jetzt, wo es so ungewiss eigentlich war und ich glaube, es ist eher ein Appell, umso wichtiger ist es jetzt, damit verantwortungsbewusst umzugehen, also wie trainierst du Daten, welche Tools gibst du noch draußen, wie denkst du neue Konzepte, wer trifft sich mit wem und setzt um, so ja, ein Grund mehr auf Plattformen wie YouTube echt, solche Inhalte noch nach draußen zu hauen, damit bei dem ganzen Stress jetzt gerade, politische Situation etc., auch mal echt Bock kriegt, weiß ich nicht, so Formate nach vorne zu bringen, wenn es um das Thema Lernen und Lehren geht. Ich hoffe sehr, dass YouTube in all diesen Jahren, die wir eben angesprochen haben, noch eine Rolle für dich spielt, dass wir dich unterstützen, indem du weiterhin Millionen von Menschen beim Lernen begleiten kannst und fördern kannst, das wünsche ich dir und uns, lieben Dank für deine Zeit hier, dass du für YouTube mal auf dem Sessel saßt und ich dir mal die Fragen stellen konnte. Danke dafür, danke für deine Zeit und danke für deine ganze Energie, die du und dein Team hier in diesem Kanal steckst. Vielen Dank, Daniel. Danke dir. Ich freue mich auf die Zukunft. Danke dir. Und? Untertitelung des ZDF, 2020